ja jolly darum geht es ja dass du eben das ist ja was besonderes du musst du musst halt schon was vorweisen können bevor du eine twitch partnerschaft bekommst weil das ja was besonderes ist genau ruby schreibt es gerade soll ja nicht jeder partner deswegen finde ich persönlich zum beispiel auch dass die anforderungen für etel jetzt zu niedrig gesetzt sind ich hätte lieber gehabt dass die dass die anforderungen höher sind und dafür und dafür ja weiß ich nicht hätte man vielleicht den ein oder anderen vorteil mehr bekommen oder so aber das erfüllt jetzt zum beispiel das ist ja ja sagen wir mal jetzt mal so ganz blöd gesagt ohne irgendjemanden runter reden zu wollen weil jeder fängt ja mal an ich habe ja auch irgendwann mal angefangen mit stream aber erfüllt wird ja jeder hanswurst oder kann jeder hanswurst werden sagen muss man so scheiße jetzt habe ich nie geguckt ob ihr ob hier fallschirme runter sind und sks das ist ja kleiner nice die hat gar keine die gibt es ja nur ein einzelschuss wir gucken auf so ein kran hoch da gibt es habe ich schon öfter mal in achtfach liegen sehen oder oben sind tabletten wie komme ich schon da jetzt gerade mal hoch müssen wir gehen erst mal hier hoch ja intern wird es definitiv eine feste zeige aber wie gesagt also als ich da das letzte mal auf die seite geguckt habe worden da stand da noch was völlig anderes das haben sie dann jetzt überarbeitet endlich mal aber ja wie gesagt so da mache ich mir noch keinen kopf drum ich habe ich habe in meinem kopf eine zahl für 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 follows und für durchschnittliche zuschauer und wenn ich diese zahl erreicht habe die brauchte jetzt gar nicht fragen die werde ich euch nicht sagen wenn ich diese zahl erreicht habe dann werde ich mal eine bewerbung abschicken und dann mal gucken was was sie dazu sagen und genau treppen runter laufen das ist auch immer ein bisschen anstrengend ja guck mal da kommen auf die container hoch wenn ich auch noch richtig springen würde ich bringe ich auch noch runter 1,3 zillionen genau super dann muss ich mich nur auf hanswurst oh gott hallo willst du mich zu trollen jetzt komm hoch da mit dir alter wie lange das jetzt einfach gedauert hat das brauchen wir nicht oder warte mal war das von der k das von der k sieht nämlich genauso fast aus ich bin vorbeigesprungen eigentlich wollte ich oben bleiben erstmal gucken wie es mit der zone aussieht also wie gesagt ich habe da so einen inneren plan sagen wir mal drücken wir es mal so aus hochzack haben wir Hose brauchen wir nie Hosen werden überbewertet ok gucken wir mal schnell hier liegt eigentlich auch manchmal geiler stuff oben drauf komm ich denn hier gleich noch mal hoch irgendwo müssen hier doch wieder kisten sein also ein scope wäre halt nice ne was macht mir was macht mir hier dingens auf immer für einblendungen das ist doch kacke guck mal hier heilung das ist nicht so unbedingt der sicherste platz wo ich hier gerade rumlaufen kommt die zone ist nie bei mir die munition haben wir dann erstmal genug werden wir nie verbraten 9mm brauchen wir nicht mehr mitnehmen ach so ich wollte gucken wo wir in die zone müssen level 3 eine optik zweifach da drauf besser als nichts so nutzen wir mal ja suchen wir uns mal gucken wir mal ob hier ein boot ist mit dem fluss sind wir zumindest näher an der zone dran das wäre jetzt gar nicht so schlecht obwohl ja da liegt keins schüttel wir brauchen ein auto ich finde es eine unverschämtheit dass das wochenende schon wieder um ist ruby ich auch ich schließe mich der an das ist unfassbar ja steck mal weg hier und so geht die reise wieder los in richtung so mein zigaretten alle ach pass mal auf wir gehen hier nochmal hoch vielleicht finden wir noch was da liegt doch ich bin aber auch einfach ein bisschen doof da gibt doch was schönes das wollte ich zwar nicht lassen wir die um hier nehmen die m14 mit ganze munition jetzt umsonst gesammelt hier ich glaube wir werden eh sterben ach scheiß vorbeigesprungen kotzt mich an gucken wir mal hier ist manchmal was drin so dann kannst du völlig knicken ey wäre ich so dermaßen dran verrecken ich glaube da steht da vorne irgendwo ein auto rum ohne auto wird es jetzt richtig bitter ich glaube da steht ein moped im gras links oder ist es bloß ein busch ne ist ein busch ne ist ein moped gut da vorne steht auch ein jeep aber moped ist fixer Tank naja über die hälfte immerhin ich gebe euch hiermit die erlaubnis ein paar facepalms zu posten warte mal muss ich eigentlich auf die andere seite vom fluss ne fahren wir einfach drum rum so kann man das wenigstens beim springen bisschen steuern das ding das ist ja ein ego bisschen schwierig ich will onkel kniebel wow wuhuuu wuhuuu oh nein kipp doch in die andere richtung mann also manchmal nimmt er das beim fliegen ohne so richtig an die steuerung ich habe mir aber auch den besten weg ausgesucht hier oder lassen sie mich durch ich bin Chirurg ja ja mach du mal stirb du mal an der zone mein freund da kommt jetzt noch eine schöne bombenzone wo wir durchfahren was war das denn wieso bin ich denn jetzt abgestiegen aber da kommt das ist naja 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 ja naja naja Volle Möhre durch die Bombenzonen hier, scheiße, oh wow, nein, nicht gegen, oh, fette, geht nicht, Onkel dieser Teufelskerl. Mit mir rechnet hier in der Runde keiner mehr, ich räume die jetzt von hinten auf, ja, so fahre ich auf Privatmotorrad übrigens, wow, was ist denn das für eine Zone, ey, Zone ist eine dezente kleine Bitch, warte mal, wir hypen hier mal kurz an, oh, ey, steig mal ab, mein Freund. Da vorne haben sie gerade gekämpft, an dem Buggy. Ich sehe den Spieler dazu aber nicht mehr, ich nehme an, dass der Spieler am Buggy gestorben ist, die Frage ist bloß, wo der ist, der auf ihn geschossen hat, ich wollte mich aber auch gerade heilen, haha, bisschen Loot wäre geil, ganz schön flott die Zone, aufpassen, dass ihr keiner von hinten kommt. Was sehr wahrscheinlich ist, dass hier noch jemand von hinten kommt. trau mich da jetzt nicht dran vorbeizufahren, wenn da jemand ist. Wie weit haben wir es denn eigentlich zur nächsten Zone? Wir sollten vielleicht, oh. Ja, mit dem Zweifach ist halt, ne? Aber der hat den Spieler nie gelootet, kann das? Gucken wir mal schnell. Aber hier liegt auch kein Totespieler, das mindestens sehe ich, ne? Ja, wir fahren mal weiter. Wir fahren an der Stadt vorbei. Boah, da oben könnte einer drin hocken. Wir müssen das Risiko aber eingehen, weil wir den Loot brauchen. Mach doch die Tür auf. Mach doch die Tür auf! Oh Gott. Jetzt habe ich ihn überhaupt nie gesehen, wie geil. Hier? Ne. An der anderen Seite kam er jetzt. Äh. Ich geh mal schnell. Ich hab ja nicht mal einen Red Dot auf der Waffe, merk ich gerade. Ein bisschen Munition dazu. So dumm kann der nicht sein, hier hoch zu kommen, oder? Onkelhelm? Oh ja. Wäre schlau gewesen. Danke, Sturzbech. Aber jetzt grad schlecht. Du kannst die so dumm sein, hier hoch zu kommen, mein Freund. Ich hab keine Granaten, ne? Ah, okay. Fährt weg. Wäre ich jetzt gleich die SKS nehmen sollen. Egal. Oh. Wo hat er angehalten? Wo kommt er hoch? Du kannst ihn auch hoch schlau. Oh. Er versteckt sich jetzt... Wow. Oh, 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 oh. Mein Freund. Ich seh ihn. Seht ihr? Na ja. Schießt du mal die Festgescheidung für mich kaputt? irgendwo rechts kann das sein ich sehe nie wo ist der pisser der schießt mich bestimmt gleich mit dem headshot ist der im haus? ne ich bin in der zone drin oder? ja was ist das denn? ich seh den nicht einfach nur mal geschossen ich seh auch sein mündungsfeuer das ist okay ich seh den typen nicht warte mal das kam von da drüben irgendwie er muss von da irgendwo schießen so geil zum glück ist der genau so ein schlechter schütze wie ich bringt eigentlich nix hier dumm rum zu hameln äh helm war denn geil er hätte mich ja nur hier seh ich ihn aber auch nie wir sind eigentlich die nächste zone ja klar schön dass wir drüber geredet haben oh wow oh wow viel zu viele fenster hier ich glaub der umläuft mich gleich ich glaub der umläuft mich gleich ja er fährt weiter so 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 da rein links wird geschossen links wird geschossen sagte er und kriegt von hinten was drauf halte keine booster ich muss in die zone rein Oh, da ist ein Jeep. Ich bin in der Zone. Fuck. Ja, geil. Richtig viel Munition für das Ding. Ich habe gerade Schüsse von hinten gekriegt. Der Typ ist noch... Ich glaube nicht, dass der an der Zone gestorben ist. Ich kann es mir nicht vorstellen. Er wird mir gleich von hinten einen Rücken schießen. Bin mir ziemlich sicher. Fuck. Wo geht die Zone hin, Mann? Ja, links von mir wird geschossen, ich weiß. Radiert euch ruhig alle gegenseitig aus. Wir haben ein Klavier... Oh. Hi. Oh, danke. Oh, das gefällt mir. Das nehmen wir mal mit. Okay. Das ist schon eine ätzende Position. Zehn Sekunden, dann bewegt sich die Zone. Wir müssen ja zum Glück nie weit. Leg dich hin. Aber wir sehen mich die Leute natürlich auch kriechen. Komm schon. Kann mal bitte jemand sterben, damit wir wenigstens... ähm... Zehn werden. ... ... Wo, 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 Mann? Scheiße. Ich sehe nie von wo. Ich glaube, es schießt nie plus einer auf mich. Alter, hat mir die Dingensitzenden Arsch gerettet, ne? Die Pfanne. Oh, scheiße, ich habe mich zu stark bewegt. Ah, fuck. Muss von da irgendwo sein. Scheiße, Mann. Von wo denn? Okay, für Platz 10 haben wir jetzt selber gesucht. Ich sehe den einfach nie. Das ist halt einfach so mein Riesenproblem. Weil ich keine PvP-Spiele spiele, spotte ich die Gegner halt total beschissen. Weil ich das überhaupt nie im Auge habe. Scheiße, ich muss hier ein Stück laufen. Oh, vor allen Dingen ist die Zone so arschweit weg. Ja, ja, schießt du mal. Oh, zum Glück sind das alles so scheiße, so beschissene Schützen wie ich, ey. Fuck, ey. Fuck, ey. Scheiße, leg dich mal hin. Ich hoffe, dass ich hier... ...mich ein bisschen boosten kann. ... da ist die spielzone das war sehr dumm was ich gerade mache das gefühl dass er hinter mir ist oder der andere hat mich mit einem richtig guten scope abgeamt wo ich oben an dem baum stand die häuser da unten sind in der zone ich krieg einen anfall wir sind in der zone drin haben oben auf dem berg hat man eine bessere position das denkt sich auch der der gerade auf uns schießt ich habe die schüsse bestimmt einschlagen wird alter fack 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 meine weste ist im arsch wo ist denn die nächste zone ich krieg einen anfall top 5 man top 5 in den häusern ist definitiv definitiv hockt da einer drin ok wo ist die zone die nächste da aufpassen die zone bewegt sich gleich ich sag ja links im haus ne an den häuser die zone bewegt sich das kacke weil ich bin natürlich auch am weitesten von der zone weg und er muss jetzt laufen scheiße jetzt haben sie mich klein und die zone macht richtig aber komm 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 ist der baum in der zone natürlich nie ich hab nur bandagen um mich zu heilen ist euch klar oder und ich liege hier richtig schön offen alter top 3 ok die nächste zone ist nie ganz so ne bitch ich guck jetzt nicht mehr in den chat leute ich versuche echt ganz angestrengt nicht mehr in den chat zu gucken meine weste ist im arsch ich habe keine granaten mitgenommen oder so ne ne alter wo denn oh ich hab einen alter platz 2 oh god du arsch omega hi ich wollte nicht mehr in den chat gucken hat die feuer stoß ne einzel oder auto oh der muss zu mir kommen der muss zu mir kommen das ist nice ist noch ein booster oh fuck scheiße scheiße ich treff den verfickten baum ey alter wisst du wie mein ganzer körper kratz tittert ich krieg nen anfall ja 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 mein erstes dinner nice jawoll x4 oh sorry Leute ich wollte euch nie in die Ohren schreien alter wie geil mir geht dermaßen die pumpe uuuhuuhu uuuhuuhu uuhuhu uuuhuhu aaah uuuhuuhu uuuhuhu uuuhuhu uuuhuuhu 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 ich muss ganz dringend erstmal schnell pissen gehen ich bin gleich wieder da tier 1 chicken dinner chicken dinner kleiner als 3